Heute deployen wir unser Projekt auf GitHub Pages automatisiert. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Heute geht es noch einmal um GitHub Actions, weil dieses Tool einfach sehr praktisch ist. Und zwar geht es darum, Pages automatisiert zu deployen. GitHub Pages kennt wahrscheinlich viele von euch. Es ist die Möglichkeit, selbst euer Projekt von GitHub hosten zu lassen, sodass man selbst sein Projekt einfach online sehen kann. Das ist ganz praktisch. Man braucht keinen Web-Server, man braucht keine Kosten, es ist gratis. Es ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber das kümmert eigentlich relativ wenig. Vor allem im Frontend könnt ihr damit eine ganze Menge hosten, ohne dass ihr irgendwas Komplexes machen müsst. Grundsätzlich werden wir das, wie gesagt, mit GitHub Actions machen. Es basiert alles auf meiner Standard-Entwicklungsumgebung, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritik an diesem Video habt, ganz oben in der Videobeschreibung, wie immer Discord, join der Community, sagt Hallo, tauscht euch mit anderen aus, beantwortet oder stellt Fragen zu allen möglichen Web-Themen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, und los geht's mit dem heutigen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier ein Test-Repository, das basiert auf meiner Standard-Entwicklungsumgebung, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr auch den gesamten Code, den ich innerhalb dieses Videos baue oder entwickle, besser gesagt. Und das ist soweit ziemlich cool. Ansonsten haben wir hier nicht wirklich was. Unser Ziel ist, wie gesagt, dass hier nicht nur bei All Workflows aktuell wahrscheinlich nicht nur unser Unit-Test-Workflow ist, sondern noch ein weiterer, nämlich ein Deployment-Workflow, um eine GitHub Pages zu erschaffen. Und für jeden, der noch nicht weiß, was eine GitHub Page ist, dann gucken wir uns mal an, was zum Beispiel das Ziel ist bei unserem Passwort-Generator von letzter Woche. Und zwar sieht man hier das Repository und da habe ich hier unten jetzt zum Beispiel ein Environment und dann steht hier GitHub Pages. Und wenn ich da draufklicke, dann öffnet sich ein neuer Tab und in dem Moment kann ich hier drauf gucken und sehe hier die einzelnen Deployments, die von GitHub automatisiert gemacht wurden. Und wenn ich hier auf U-Deployment gehe, dann öffnet sich unser Passwort-Generator. Das heißt, man hat eine Live-Umgebung, die durch GitHub generiert und verwaltet wird, sodass ihr quasi zum Beispiel hier von eurem Testprojekt einfach eine Live-Version im Internet habt, die natürlich gewissen Einschränkungen. Also man kann dort kein PHP verwenden, soweit ich weiß, und auch ein paar andere Sachen wie zum Beispiel Node.js funktioniert dort nicht. Aber so Standardgeschichten wie eine 0815-Dokumentation oder eine HTML-Seite oder all solche Geschichten, das funktioniert eigentlich sehr gut. Und das werden wir heute machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Frontend habt, was ihr irgendwo deployen wollt, testweise oder so etwas, dann könnt ihr das hiermit wunderbar machen. Aber selbst kleinere statische Projektportfolios, wie zum Beispiel euer Lebenslauf oder so etwas, könnte man theoretisch ohne weiteres damit deployen. Aber wie genau macht man das? Dazu müssen wir jetzt mal Visual Studio Code öffnen und damit legen wir jetzt los. So, und los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial und mit dem eigentlichen Coding. Ihr seht hier wieder das letzte Mal auch meine Standard-Entwicklungsumgebung mit dem gerade eben gesehenen Test-Repository. Und hier oben haben wir schon unser .github-Ordner mit unserem Workflow-Ordner und hier unser altes Unit-Test.jml. Hier stellen wir uns eine neue Datei, die nennen wir pages.jml. Und hier gehen wir jetzt einfach mal in den Unit-Test und kopieren uns hier ein paar Sachen raus, weil wir brauchen bis zu diesem Punkt quasi alles. Das kopieren wir uns jetzt einfach hier rein. Das können wir jetzt schließen. Und das mache ich mal ein bisschen kleiner. Und zwar haben wir jetzt hier ein bisschen was erledigt. Und wir müssen aber noch einiges verändern. Einmal heißt unser Job nicht Unit-Testing, sondern deploy-page. Und wir haben hier auch nicht unseren Test-Job, sondern wir nennen das Ganze hier auch deploy. Und das andere, was wir haben, wir pushen das Ganze nicht auf diese ganzen... Also das soll nicht immer bei diesen Events passieren. Zum Beispiel soll nie auf einem Pull-Request quasi ein neues Deployment stattfinden. Oder wenn irgendwie auf Arbeitsbranches was gemacht wird. Und selbst diesen Push auf Branch Master würde ich rausschmeißen in einem Produktionsumfeld. Sondern ich würde hier eigentlich immer nur mit einem Release arbeiten. Und hier dann mit Types. Und innerhalb dieser Types gibt es verschiedene Möglichkeiten. In unserem Fall sage ich hier Released. Was heißt, sobald eine neue Version erstellt wurde von unserem Projekt, dann soll eine neue Version deployed werden. Was heißt, das hier lasse ich wirklich nur drin, weil wir gerade in einem Repository sind. Und ich gleich demonstrieren möchte, was genau bei einem Deployment so passiert. Hier unten nutzen wir einfach, wie das letzte Mal auch Ubuntu, sagen wieder, dass Node installiert werden muss. Weil das halt für meine Entwicklungsumgebung gebraucht wird. Nutzen hier wieder GitHub Actions, installieren einmal Node. Aber hier installieren wir nicht nur, sondern wir machen hier Node installieren und bauen. Das heißt, in dem Moment wird hier Node installiert. Aber halt nicht nur installiert, sondern wir machen noch einen zweiten Befehl, wenn die Installation erfolgreich wäre. Und zwar sagen wir npm run build. Und wenn ich das Ganze jetzt mal mache, also ich gebe hier unten jetzt mal ein npm und dann run build. Und dann läuft das jetzt einmal durch und galt baut für uns unser Projekt. Und unser Projekt wird dann ja in der dist-Folder gespeichert. Das seht ihr hier. Und diese drei Dateien, also diese beiden Ordner und die index.html, die wollen wir später in einem extra Branch auslagern. Und diesen Branch wollen wir dann deployen. Das heißt, wir brauchen jetzt die Möglichkeit, in unserer Pipeline genau das zu tun. Und dafür brauchen wir jetzt einen neuen Schritt in unserem Deployment-Job. Gehen hier ein bisschen runter, sagen hier, okay, wir wollen jetzt erstmal einfach etwas einfügen. Und zwar in meinem Fall, zack, einen neuen Job. Der heißt Deploy to GitHub Pages. Und hier brauchen wir jetzt natürlich auch eine Umgebung, was heißt Uses. Und hier nutze ich ein fertiges Tool von James Ives. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Super Repository Job. Was heißt, da kann man echt super alles nachlesen, wie das funktioniert. Und das ist extrem einfach. In dem Moment müssen wir das nämlich nur definieren. Wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn wir das jetzt nutzen wollen, brauchen wir ein paar Parameter. Und hier sage ich jetzt als erstes einmal GitHub-Token. Und hier nutzen wir jetzt unseren Secret. Secrets. Und hier GitHub-Token. Das heißt, den normalen GitHub-Token in unserem Repository, sodass wir etwas deployen können. Da müsst ihr soweit nichts mehr machen. Das funktioniert so. Und das nächste, was man machen muss, wir sagen Branch und sagen hier GH-Pages. Das könnt ihr frei wählen. Das ist einfach nur ein Name eines Branches, dass hier so zudem quasi der Bildprozess eingeleitet wird. Und hier müssen wir jetzt noch sagen Folder. In meinem Fall Dist. Weil unser Bild quasi in unserem Dist-Ordner landet. Wenn ich hier natürlich sowas habe wie Bild, sowas habe wie Final oder irgendwie sowas, dann müsst ihr das umbenennen. Also diese beiden Sachen hier unten sind komplett optional. Die könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Ansonsten können wir das Ganze jetzt so abspeichern, weil mehr müssen wir in unserem Action-Script gar nicht machen. Und schreiben jetzt aber noch schnell was hier auf unsere Index-HTML. Und zwar sagen wir jetzt mal hier kurz nach H1. Und sagen hier Test Website. Und speichern das Ganze ab. Und sagen hier aber noch in unserem SAS, dass unsere H1-Überschrift, einfach nur damit wir was sehen, sagen wir Color White. Und von Size einfach mal, keine Ahnung, 50 Rem. Das speichern wir jetzt mal so ab. Nehmen das alles, machen uns daraus ein Commit und sagen Tutorial Slash 1. Committen das Ganze und pushen das jetzt auf den Server. Und in dem Moment, wenn ich hier mal aktualisiere, dann sehen wir das, was passiert ist. Nämlich hier Tutorial 1. Was heißt, hier in unserem GitHub-Ordner gibt es jetzt Pages. Und wenn wir hier auf Actions gehen, dann sehen wir, dass einmal unser Unit-Test läuft. Hier oben Unit-Test auf unseren Commit. Und hier läuft auch unser, ja, Deploy-Page-Sache. Wenn wir da draufklicken und hier nochmal draufklicken auf Jobs. Zack. Und hier ein bisschen runterscrolle, dann sehen wir jetzt, hier läuft gerade Run-NPMI. Da warten wir jetzt einfach mal kurz, bis die Sachen alle durchgelaufen sind. So, alles ist erfolgreich durchgelaufen. Unser Job hat einen grünen Haken bekommen. Und wenn ich jetzt hier hinklicke, dann sehen wir aber, es sieht noch nicht so aus wie jetzt zum Beispiel das Passwort. Also hier habe ich ja eine Deployments-Log-Aktivität. Wenn ich hier runtergehe, sehe ich ja hier auch mein Environment. Das sehe ich hier noch nicht. Warum sehe ich das nicht? Ich habe noch keine Page erstellt. Und das müssen wir jetzt über Settings machen. Da geht ihr hier einfach auf Settings, scrollt ein bisschen runter, seht hier eine Seite Pages. Da klickt ihr einmal drauf. Und dann sieht man, dass die Seite gepublished wurde, aber sie ist noch nicht wirklich hinterlegt, weil wir hier einmal noch unseren Branch ausgewählt haben. Und hier wollen wir einfach Root. Was heißt, das Ganze speichern wir jetzt ab. Ihr könnt theoretisch hier auch noch eine Custom-Domain hinterhängen. Da könnt ihr hier mehr lesen. Dann könnt ihr zum Beispiel sowas machen wie unleash-design.de. Könnt ihr dann direkt hier durchrouten. Also, dass ihr wirklich eine komplett Custom-Projekt-ID habt, zum Beispiel für euer Open-Source-Projekt oder sowas. Ansonsten haben wir hier ein VOS-HTPS. Und ansonsten, wenn ich jetzt hier auf Code klicke, dann sehen wir, dass das Ganze jetzt in unserem normalen Branch sieht das hier so aus. Wenn ich hier aber unsere GitHub-Pages, den Branch auswähle, dann sehen wir hier sind einfach nur unsere Index-HTML und die beiden Ordner und sonst nichts. Was heißt, in diesem Branch liegen wirklich nur die Dateien, die später auf dem Web-Server von GitHub liegen. Und in dem Moment kann ich jetzt hier auf das kleine Zahnrädchen klicken und diese beiden hier wegleuchten. Und hier habe ich Environments. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann sehen wir hier unsere GitHub-Pages mit Active. Und wenn ich das jetzt öffne, dann sehe ich hier auch diesen Log und kann View Deployment und sehe jetzt hier riesig groß unsere Test-Webseite, die einfach im Browser ist, als einfache Webseite. Und die wird halt jedes Mal jetzt geupdatet in dem Moment, wenn ihr etwas in eurem Git-Repository macht. Aber wie schon angekündigt, ist das keine gute Praxis. Und da werden wir jetzt ein bisschen was verbessern. Und zwar gibt es hier dieses Tag-Feature und hier Releases. Und da gehen wir jetzt mal Create New Release. Hier könnt ihr zum Beispiel sagen Version 1.0.0 und sagt, erste Version dieses Projekts, zum Beispiel ein Titel. Könnt ihr da noch ein bisschen Beschreibung dazu schreiben und das Ganze jetzt einfach Publish Release machen. Und in dem Moment wird das jetzt, oder ist das komplett released. Ihr habt jetzt hier quasi auch einen Tag stehen. Wenn ihr da draufklickt, seht ihr auch hier, ihr habt die Version 1.0. Und in dem Moment, wenn wir jetzt auf Actions gehen, sehen wir hier, dass erste Version dieses Projektes deployed wurde. Und hier sehen wir auch den Grund dafür. Es wurde ein Release erstellt. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Was heißt, wenn wir noch einmal zurück in unsere Datei gehen, sehen wir hier unsere Pages.xml. Und hier würde ich halt hochgehen und das hier einmal rauslöschen. Und das wird auch in der Datei rausgelöscht sein. Was heißt, man sollte einen Release wirklich nur abhängig von der Versionierung machen und niemals abhängig von zum Beispiel Puls. Abgesehen, wenn ihr zum Beispiel eine Entwicklungsumgebung habt, da ist natürlich teilweise ganz nützlich, wenn das bei jedem Commit quasi zu sehen ist. Aber eine richtige Programmversionierung und dann ein Release basieren, darauf ist natürlich deutlich besser. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, wie immer unten im Videobeschreibung jede Menge Links zu Twitter, Facebook, Instagram, Discord und was da noch so alles ist. Ansonsten könnt ihr dort auch diesen Channel supporten mit Amazon Affiliate oder anderen Programmen und Partnerseiten, die dort verlinkt sind. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder.